Für Wangeroges Bürgermeister Marcel Fangor war der Neujahrsempfang eine Premiere. Als Gastgeber hies er rund 120 Gäste im Parkhotel New Hampshire willkommen und begrüßte jeden per Handschlag. Darunter auch einige Gäste, die vom Festland herübergeflogen waren. Zwischen Rück- und Ausblick war Zeit für Gespräche und gute Unterhaltung. Die steuerten auch die inselweit bekannten Shiprats bei. Die singenden Schiffsratten sangen Shantys, Sea Songs und Balladen vom Meer. Ebenfalls am Rahmenprogramm des Neujahrsempfang beteiligt war der Wangeroger Gospelchor Vocal Bass. In seiner Neujahrsansprache ging Fangor wie auch Niedersachsens Bau- und Umweltminister Olaf Lies auf die Bedeutung des Tourismus für die Insel ein, die aktuell sogar in der New York Times auf einer Liste von 52 weltweit lohnenswerten Reisezielen für 2019 auftaucht. Vielen Dank. Vielen Dank.